Ich war mit Tolga im Studio und der Producer, der war positiv, weißt du? Mein Produzent, der war positiv. Aber er hat es nicht gewusst zu dem Punkt. Und dann sind wir nach Hause gegangen und zwei Stunden später sagt er, ey Bruder, ich bin positiv. Dann haben wir uns getestet, ich und Tolga, wir waren die ganze Zeit zusammen. Er war bei mir zu Hause. Wir haben gegessen, getrunken. Wir haben Frühstück, ich war auf meine Mutter, der hat Zimmel geholt, der hat es für mich belegt, alles. Ich habe es hier weggehauen, dies, das. Wir chillen, wir sind beide negativ, Schnelltest. Dann, er macht gestern, geht der Testsyndrom, er ist positiv. Und dann, er macht noch Schnelltest zu Hause, er ist auch positiv. Und er ist krank. Er liegt jetzt im Bett mit Fieber, so. Und Bruder, jetzt, ich bin auch krank geworden. Was heißt krank, Bruder? Doch, ich bin krank, so. Und ich sagte, es liegt an ihm, nicht an ihm, sondern an den Produzenten, weißt du so? Aber ja. Kilian Kurdo, Kurdo, Kilian Kurdo. Dankeschön für Stufe 1 im Ersten. Sehr, sehr, sehr gerne gesehen, Cousin. Kilian Kurdo, vielen, vielen Dank. Ja, und jetzt habe ich den Salat, Digga. Und wisst ihr, was das Traurige an der ganzen Geschichte ist? Soll ich euch mal was sagen? Ich sage es nur jetzt, weil da wenige Zuschauer sind oder die Hälfte schon schläft. Bruder, ich gucke heute seine Instagram-Story von dem Typen, mein Producer, der ist einfach draußen. Der chillt einfach draußen. Digga, der chillt einfach draußen. Ach, ne, oder? Ich hoffe, meine Mutter, der fährt mit dem Auto rum und chillt draußen und so. Auf ernst? Kilian, mein Schatz, vielen, vielen Dank, Bruder. Kommt, komm, ganz schnell. Da kommt irgendwo, was auch. Hm? 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 Was willst du denn, der bei mir hier war? Ich komme jetzt, tschüss, tschüss, Bruder. Ich habe fünf, ich weiß nicht, wenn ich jetzt geholt habe und wenn nicht so. So ein Beiberskin. Direkt an dem Hausgerüst gerade mit. Ja, 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 ich habe alle hier, ich habe alle hier. Und der hier ist natürlich, tschüss. Hier ist noch einer. Was? 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 Heute wahrscheinlich nicht mehr Bandera. Aber morgen, morgen wollen wir dem Projekt morgen Gas geben. Safe, safe, safe. Ich muss noch Charakter machen. Ich habe noch keinen Charakter gemacht. Ja, Bandera, wenn du nicht gemacht hast, können wir gleich machen. Ah, der hört mich gar nicht. Äh, wenn Bandera noch keinen Charakter gemacht hat, ich habe auch noch keinen gemacht. Ich muss noch machen. Äh, das könnt ihr dann zusammen machen. Ja, noch. Kannst du jetzt eigentlich wieder rein? Ja, ja, ich kann rein. Ja, ja, klappt alles. Wir wollen mich kicken. Ich komme. Ja, der haut ab. Hinter uns war auch noch ein. Ja, muss weiterhauen. Ich glaube, er hat Schildbreak. Ich glaube, er hat Schildbreak. Nein, nein. Weiß nicht. Ich habe ihn gerade... Habe ich nicht gerade Schildbreak gemacht? Ich habe dir doch ganz normale Hits gegeben. Alter, hör doch auf. Alter, hör doch auf. Ich habe mich nicht. Einer da. Komm. Alles in den Kopf. Ich muss weg! Ich muss weg! Ich muss weg! Das schreckt mich! Diese Feuer hat mich gefickt! Zwei Leute down! Da sind zwei down Jungs! Er hat noch ein Handy bekommen von mir! Ich hab ihn schon! Drei down! Der ist tot! Ich glaub die sind alle weg! Ja die sind alle weg! Lass mich mal irgendeinen von den bisschen looten! Ich hab gar nichts! Jungs, Gott, die holen! Ja, Bruder, ich voll durch! Danke, 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 danke! Hab ihn jetzt so oder so! Ich hab 180, 130 noch! Insgesamt 300 noch! Ich hab noch Kronen, ne? Ich glaub wir haben alle Kronen, ne? Ja! Ich hab noch Splashies! Und noch Spray! Hier ist noch Dingersatz! Achhi, gute Nacht, mein Schatz! Gute Nacht, Achhi! Ja, dann würde ich sagen, let's go! Ihr habt noch alles Spider-Man, ne? Ja, ja! Ja! Geht der Einzige! Wohin wollen wir? Ah, mal nächste Stadt gucken! Gegner? Ja, der ist auch der Bl verb. Ja, der hat ja so compact. Ja, der hat ja... Das macht ja immer wieder! Ja, der hat ja noch immer wieder! Ja, vollett! Ja, also das machen. Ja, der hat ja noch immer wieder! Ja, das macht ja nicht! man dürfte eigentlich wieder studio ja erst mal gar nicht jetzt der läuft der fährt einfach mit auto rundiger dieses läuft was ganz wie wir den beleidigt haben oder hinter dem siehst du den oder wenn man corona hat man muss schon zu hause bleiben sage ich euch ehrlich stehe auch wenn man sich gesund fühlt und alles ist easy bruder du steckst doch die leute anwahl wie willst du denn mit dem gewissen leben dass du vielleicht jemanden auf deinen gewissen hast du gehst nicht korrekt sagt euch ehrlich wenn ihr habt und ihr fühlt euch nicht gerade schlecht oder so wo wir sind ja noch mehr denn wir sind groß ok Das ist so nett. Hahaha. Ooooo. Bei mir ein Schuss. Es ist schon mal ein Blaschen. Eeeee! Oh Gott. wieder alles erst mal zockt er mich ab und dann so kannst du ich habe kommen kommt zu mir was machst du ich auch anonym genau ich habe mich vor zwei monaten impfen lassen und jetzt ist dieser salat das fall die uns angelogen haben gesehen man kann nicht ding sein wenn man geimpft ist ich habe schon was proben neue spider-man ich wollte einfach genau in der sekunde wo du das gesagt hast auch jumpplätzen hier sind gegner die erste raketenmission war ein fehlschlag aber wie heißt es so schön mehrere mehrere er schilddreck hier mahon ich hole den runter ja ich hole den runter ok nice gern dir helfen in der stadt muss doch was sein oder ja vier leute vier leute 1 2 1 2 1 2 2 3 ab dem bäude ist noch einer darum läuft noch zwei glaube ich ich bin ein bisschen zu kommen picket 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 stark zwei bis jungs wichtig ich muss aber erstmal wenn man wieder arbeiten die immer wieder gerne Schönen Abend noch, ja, tschau tschau